Kouros ist die moderne Bezeichnung für die Statue eines jungen Mannes in der griechischen Kunst der Archaik. Das weibliche Pounda bezeichnet man als Gore. Das Schema des in der Regel unbekleideten Kouros war im ganzen griechischen Kulturraum verbreitet und vor dem 8. Jahrhundert v. CHR, bekannt, die 40 cm hohe Figur des Kouros von Peel Castro, 1987 auf Kreta gefunden, belegt, dass das eigentliche Schema schon vor der Eroberung der Insel durch die Mykena und somit vor den dunklen Jahrhunderten zur Anwendung kam. Das Kouros-Schema blieb eines der Leitmotive griechischer Kunst bis zum Einsetzen des strengen Stils um 490,80 v. CHR, der die klassische Kunst anleitete. Der Archaische Kouros zeichnet sich durch eine fast strengen Symmetrie und Frontalität aus, wie sie etwa das Achsensystem des sogenannten Dipion-Meisters vertritt. Die Kopfhaltung ist auf den Betrachter gerichtet. Wendungen des Kopfes aus der Frontalansicht findet man bei den Kouroi oder Kuren erst in der Spätzeit. Die Extremitäten sind wenig bewegt. Oft weisen die Statuen eine scheinbare Schreithaltung auf, etwa bei der Kolossalstatue des sogenannten Sunion-Kouros. Die Gesichter der Acharschen-Kouroi erscheinen relativ Stereotyp. Kennzeichnend für die Acharschen-Kouroi wie für die Acharsche-Plastik generell ist das feine, fast unmerkliche Lächeln, das als Acharsches-Lächeln bezeichnet wird. Die Statuen waren meist aus Marmor, wurden aber auch in Kalkstein, Holz, Bronze, Elfenbein und Terrakotta umgesetzt. Erreichten dann aber keine Lebensgröße. Frühe Exemplare erreichten bis zu drei Meter Höhe. Vermutlich waren die Statuen bemalt. Zumindest könnte der etwa zugleich mit dem sogenannt Kretius-Knaben entstandene blonde Kopf von der Akropolis darauf ein Hinweis sein, an dessen Haaransatz sich Farbreste befinden. Kouroi finden sich zum einen in Heiligtümern als Votivgaben, zum anderen wurden sie auf Gräbern aufgestellt. Allein im Apollon-Heiligtum von Petoschen in Boiozien wurden mehr als 100 entdeckt. Das Kouros-Schema Ein Kouros ist zumeist die Statue eines stehenden, unbekleideten Jünglings. Er ist breitschuldrig und hat eine betonte Taille. Er steht aufrecht und hat ein Bein, meistens das linke, vorgestellt. Die Arme hängen an beiden Seiten herab, die Hände zu Fäusten geballt. Seltener sind die Hände an die Beine angelegt. Ähnlich griechischen Tempeln, deren Elemente eine nachvollziehbare Funktion im Tragen und Lasten haben, ist das Wirken von gegensätzlichen Kräften an der Figur des Kouros ablesbar. So erkennt man eine deutliche Anschwellung der Beine, dem tragenden Element, die das lastende Element, den sich verjüngenden Oberkörper, tragen. Kouroi wurden lange Zeit als Statuen des Apollos gedeutet und als solche benannt. Da angenommen wurde, sie stellen alle den Gott Apollon dar. Dies mag für einzelne Statuen zu treffen, jedoch nicht für alle. Denn oft waren sie mit anderen Namen beschriftet und wurden entweder als Grabbeigaben verwendet oder in Tempeln anderer Gottheiten gefunden. Oft stellten Kouroi vor allem das griechische Ideal des Wettkampfsiegers dar. Die ältesten freistehenden Monumentalstatuen stammen aus Delos. Die Kouroi aus Delos fallen in die Zeit der Beginnenden engen Kontakte Griechenlands zu Ägypten. Griechenland hatte lose Verbindungen zu Ägypten schon seit der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts V. C.H.R. Im 7. Jahrhundert V. C.H.R. wurden dann griechische Siedlungen in Ägypten, von denen Herodot berichtet, gegründet. Psalmete Kossi stellte Ionian und Karan hierfür links und rechts des Nils freie Plätze zur Verfügung. Durch diesen Kontakt zu der alten Hochkultur, die schon lange riesige Monumentalstatuen errichteten, begannen vor allem auf Kreta und den Ägäischen Inseln griechische Bildhauer eigene freistehende Lebens- und überlebensgroße Statuen anzufertigen. Dazu nahmen sie anfangs weißen Insel Mammur, der vor allem auf den Kykladen Inseln Paros und Naxos gewonnen wurde. Ägyptische Einflüsse Nach Herodot lud der ägyptische Herrscher Psalmete Kossi, Ionir und Kara ein, in Ägypten zu siedeln. Sie waren die ersten Fremden, die sich in Ägypten niederlassen durften. Um 650 V. C.H.R. begannen dann große Marmorskulpturen, die bis dahin gebräuchlichen kleinen Holzfiguren in den Tempeln zu ersetzen. Die Kuroi entstanden auch in dieser Zeit des ägyptischen Einflusses und viele Eigenschaften wurden von ägyptischen Skulpturen übernommen und später in Griechenland weiterentwickelt. Griechische Kuroi haben die gleiche Körperhaltung, stehen auch aufrecht und mit keinerlei Verdrehung des Körpers. Der Kopf ist aufrecht und eckig, mit flachem Gesicht, mit dünner Taille und breiten Schultern. Ein Bein ist wie bei Pharaonendarstellungen der Ägypter vorgestreckt. Die Fäuste sind geballt, oft mit einem kleinen Steinstückchen in der Faust. Dasselbe perückenähnliche Haar tragen auch die ägyptischen Standbilder. Die Muskelstruktur als dekoratives Muster aufzutragen, mit hervorgehobenen Knien. Schienbein und Wade ist direkt von den ägyptischen Statuen übernommen. Unterschiede zu den ägyptischen Vorläufern Im Unterschied zur ägyptischen Figur, die mit dem Stein verwachsen ist, löst sich die griechische Figur vom Stein und steht frei. Dieses freie Stehen ist Eigenenergie des Körpers und es werden Partien des Körpers betont, die eine Funktion haben, so zum Beispiel das Knie. Dreidimensionalität, das Wechselspiel der Glieder und die Bewegungsfähigkeit können und nun plastisch weitergearbeitet werden. Wichtiger Unterschied zwischen ägyptischen und griechischen Statuen ist auch die Nacktheit der griechischen Kuroi. Ägyptische Statuen waren immer mit einem Rock oder einem Ländenschutz bekleidet. Im Bild des unbekleideten jungen Mannes ist dagegen der Mensch als solcher in der besten überindividuellen Erscheinung des Jünglings wiedergegeben. Während der griechische Kuros ein allgemeines ethisches und ästhetisches Ideal verkörpert, repräsentieren die vorbildhaften ägyptischen Statuen die verschiedenen Kasten der ägyptischen Gesellschaft. Ein weiterer markanter Unterschied ist das Ach-Arsche-Lächeln, das in Griechenland vor allem in der zweiten Hälfte des Sex, J. V. CHR, erscheint. Er sollte den lebendigen Eindruck eines gesunden Jünglings erwecken, den idealen Zustand eines jungen und harmonischen Menschen ausdrücken. Die Modellierung wirkt zwar noch recht flach und unnatürlich, wird aber als Entwicklung zum Naturalismus gesehen. Erstmals in der Geschichte der westlichen Kunst wurden freistehende Statuen gefertigt. Die ägyptischen wurden in der Regel auf der Rückseite von einem Steinpfeiler unterstützt. Einzelne griechische Bildhauer orientierten sich an den ägyptischen Vorbildern, wichen in Einzelheiten aber ab. Sehr frühe Statuen ähneln den ägyptischen Vorläufern noch stärker. Während im Laufe der Zeit die griechischen Bildhauer eine differenziertere Modellierung anstreben und einen lebendigeren Ausdruck entfalten. Die ägyptischen Standbilder veränderten sich im Laufe der Zeit kaum. Während die griechischen Bildhauer sich über das ganze Land austauschten und dadurch Anregungen aus verschiedenen Provinzen und Werkstätten aufnahmen und so ihre Kunst schnell weiterentwickelten. Nicht zuletzt trug auch die Erfindung des Eisenmeißels um 500 v. CHR zu einem technischen Fortschritt bei, wodurch der Marmor besser behauen werden konnte. Vorläufer 8. Jahrhundert v. CHR Bronze Statuetten aus der geometrischen Epoche zeigen bereits nackte männliche Gestalten mit breiten Schultern und dünner Taille. Ein Fuß ist meistens schon vorgestreckt, da die Arme aus Metall gegossen wurden, sind sie jedoch nicht angelegt. Die Figuren haben eine sehr einfache Struktur, zeigen keine anatomischen Details und die Proportionen sind falsch. Erste Hälfte des 7. Jahrhunderts v. CHR Unter den Funden aus Olympia ist auch eine Kriegerstatue aus dem 7. JH, die schon lebensechtere Proportionen aufweist. Geometrisch ist sie insofern, als die Brust vollkommen flach ist und die Beine rund sind. Mitte des 7. Jahrhunderts v. CHR Naturalistischere Figuren wurden in Dreyros auf Kreta gefunden. Die aus der Mitte des 7. J. Stammenden Kultfiguren sind zwar anatomisch richtig konstruiert, doch die Proportionen stimmen noch nicht. Der Kopf ist im Verhältnis zum Körper viel zu groß. Zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts v. CHR Obwohl bei den Bronze Statuetten aus Delphi die richtigen Proportionen noch nicht gefunden wurden und anatomische Details sehr gering sind, ist die Gesamtform nun stimmiger. Material Marmor war das am meisten verwendete Material zur Herstellung von Kuroi. Es wurde vor allem in Silmarmor gebraucht, aber auch Marmor aus lokalen Steinbrüchen. Die frühen artischen Kuroi sind alle aus nachsischem Marmor. Für Kuroi aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. CHR wurde der bläulich-graue heimatische Marmor verwendet. Obwohl Kalkstein weich und deswegen leicht zu bearbeiten ist, wurde er selten für Kuroi verwendet. Doch hatten griechische Bildhauer schon im 7. Jahrhundert v. CHR keine Schwierigkeiten, auch harte Gesteinsorten gut zu bearbeiten. Auch wurde der eigene weiße Marmor wohl allen anderen Steinsorten vorgezogen. Obwohl sehr wenige Brosse-Statuen erhalten sind, wird es sicher sehr viele gegeben haben, die aber wegen des hohen Materialwerts eingeschmolzen wurden. Die von Pausanias beschriebene Führer-Laton-Technik wurde vor allem vor dem 6. Jahrhundert v. CHR angewendet. Als im 7. Jahrhundert das Hohlguss-Verfahren erfunden wurde, kam es zu einem Aufschwung. Dass im 6. Jahrhundert v. CHR dieses Verfahren gut beherrscht wurde, zeigen die Kuroi aus Pireus. Durch alle Jahrhunderte hindurch wurden immer Statuen, vor allem kleinere, aus einem Guss hergestellt. Obwohl Ton in Griechenland im Überfluss vorhanden, wurden freistehende Statuen selten aus Terrakotta angefertigt. Die griechischen Bildhauer waren offensichtlich eher daran interessiert, in Bronze und Stein zu schaffen. Statuetten aus Elfenbein wurden zu allen Zeiten gemacht, sicher auch kleinere Kuroi. Aus Gold oder Silber sind keine Kuroi erhalten. Aus Blei wurden nur sehr kleine Statuetten angefertigt. Farbe Die griechischen Kuroi waren durchweg bemalt. Denn an den Kuroi finden sich Farbreste, etwa an dem blonden Kopf von der Akropolis in Athen, aber auch am Kalbträger, von gleichen Fundort. Jedoch wurden nicht nur betonte Körperteile wie Lippen oder Haare, sondern auch die Haut bemalt. Der Grund für die heutige Blässe der Kuroi und die unterschiedliche Erhaltung farbiger Flächen liegt in den Farben selbst, von denen einige mit dem Marmor reagierten und so dauerhaft fixiert wurden. Herstellung Insbesondere für die Herstellung der Marmorkuroi waren Hammer, Zahneisen, Spitzmeißel, Flachmeißel, Holmeißel und Raspel die am meisten verwendeten Werkzeuge. Der Spitzmeißel wurde durch alle Perioden verwendet. Um 570 V. CHR gehörte das Zahneisen nachweislich zu den Werkzeugen der Steinmetze. In ach-arscher Zeit wurden Flach- und Hohlmeißel vor allem für das Haar und die Kleidung verwendet. Alle anderen Oberflächen wurden entweder mit Spitzmeißel oder Zahneisen bearbeitet. Der letzte Abschliff erfolgte mit Schleifpapier oder Stein. Um aus einem Steinblock einen Kuros zu arbeiten, wurde auf jede Seite das zweidimensionale Bild des Kuros gemalt.